YouTube gerade schon 69 am Stizzl So, weiter geht's mit Rocket League. Macht gerade Spaß. Ich hab die ganze Zeit mit Michi gezockt, der ist gerade ab. Dachte ich mir jetzt nimmst du mal schnell auf. Warte mal, ich müsste mal aus dem TeamSpeak raus, dass mir dann hier jemand noch zuhört. Chakadaka schicken kann. Ähm, raus. TeamSpeak beendet. Alles gleich. Aufnahme. Gut. Ähm, online spielen. Ich spiel's mit Eder und Diego. HD. Das glaub ich auch an YouTube. Könnt ihr mal kicken. So, wir spielen natürlich 3 gegen 3 alle. 3 gegen 3. So, ich hoffe mal das funktioniert jetzt ordentlich mit den beiden. Ich hab die ganze Zeit gestreamt jetzt eben, aber ich glaub es hat geleckt. Wenn ich, Rocket League kann ich irgendwie nur streamen. Meine Inhaltsverbindung ist so minder. Damals ging das noch. Sogar gut. Weiß nicht, warum es so komisch rumspackt. Lala, lala, lala. Vielleicht soll ich meine Streaming-Einstellung ein bisschen ändern. So, auf jeden Fall geht jetzt erstmal die Runde los. Wie gesagt, Eder und Diego. Mit am Schlüssel. Jo, sind bei mir im Team. Alles gleich ein Pärchen. Dann klotzen wir uns mal an hier, wie die Runde läuft. Dang. So, Spielersuche läuft. Es hat eben schon ewig gedauert. Alle da, oder was? Okay, ich würde sagen, ich glaube, dass wir in dem Tor stehen. Diego auch, ne? Alles klar. Diego ist unser Torschützer hier. Der macht das klar. Okay, ich habe ihn erst mal schön rausgeholt. Rausgeholt. Jetzt gehe ich rein. Sag mal, kennst du nix? Oh, 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 oh. Nee, 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 nee. Habe ich, habe ich, habe ich. Habe ich wirklich. Okay, müssen wir mal ein Stück zurück hier. Einer von der anderen wird schon kommen. Nein, doch. Nein. Kampffuß. Also, Eder quasi. Der ist drehen, der ist drehen und der ist nicht drehen. Verdammt. Aber jetzt ist er. Nein, immer noch nicht. Das kann nicht sein hier. Müssen wir jetzt mal, ja. Tor schieben. 40 Sekunden rumbleibt. Da muss das Tor, das muss fallen einfach. Das muss einfach fallen. Babybombe! Diego bleibt vorne stehen, lässt sich den Ball vorlegen. Oh, nein. Verdammt. Was ist mit ihm? Ist der AFK oder was? Das Team verlassen, glaube ich. Das hört nicht weg. Nicht gut. Diego, schluss mit dir. Bist du unser Mann? Huuuah. Verdammt. Wer ist da? Der Eder. Sind wir jetzt nur noch zu zweit oder was? Ist ein bisschen irgendwie... Würde ich bauten. Das ist aber nicht Diego. Das ist Dinger. Oh, Eder hat einen Dog-chancen. Juhu. Bäm. 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 Mach da rein, Alter. Juckt ihn nicht. Ich kenne da nichts. Mimm, 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 mimm. So. Weiter geht's. Huuuah. Ich will auch mal ein Dorschießen hier. Ein anständiges. Oh verdammt. Huuuah. Wie man sehen kann, ich habe jetzt mir ein Skelett hier aufs Dach gesetzt. Habe ich vorhin vorhin gespielt. Wollte ich mir mal angucken. Das Dinger hat das Spiel verlassen. Warum werden wir ständig von irgendwelchen Leuten verlassen? Was ist denn da jetzt Norbert oder was? Boah, Ding. Nein. Das muss ich zu überhändeln müssen. Du Fickforte. Ich krieg dich, Allding. Da los. Bäm. Und wieder zurück an Absender. Komm, jetzt muss einer von hinten schön kommen und das Ding... Komm, jetzt muss einer von hinten schön kommen und das Ding... Nein, jucken. Nein, 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 nein. Ich fühle nix. Okay, die Idee war gut. Sind beide von hinten gekommen und wollten reinjucken. Aber es ist wirklich zu hoch. Nein, nein, nein. Was willst du denn tun hier? Ich bin hier im Tor. Ede. Hau ab. Das ist so, wie ich das mache. Wo machbar das? Gangster riesig. Ellenbogen noch aus dem Fenster. Nein, hier. Ich bin der Fahrer. Wo will der hin? Nein. Okay, da nicht. Ich fahre noch mal zurück, dass ich mit der Boost sammeln kann unterwegs. Yeah. Hunderter Boost. Tor! Das will ich mir jetzt angucken. Komm, wo es kümt. Und hau das Ding rein. Guter Schuss. Geh mal ne Machen. Gön mal ne Machen. Guter Schuss. porter saising meine precipithere. Wie kannst du damit vivre? Und wusste es ja gerade es bin. Das ist alles. Es läuft so was. Vielleicht ist das, was die Schuss aber jetzt macht. Usef, Usef, Juhu, über den Wolken, ei, 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 naaah, was für ein Stuhl für irgendjemand, aus dem Auto rausgebollert, hab ich mir Angst, ne, zieh mal bloßlich, ist ein Bauchgott hier, wie in der Mitte, wie in der Mitte sitzt, uuuuuh, nein, 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 genau, weg damit! Macht er das gut, als Oli war ein neuer, oder mach ich das nicht gut? Oha, verdammt, Fuß zurück, 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 2 zu 0, das ist noch lange kein Sieg, da kann viel passieren, jetzt rein die Nomad, komm, alle Gegner sind hier hinten, mach's rein, sauber! Das hat er gut gemacht, gut gemacht, hätte der Henko gesagt. Kann man mal ziehen hier? schreibt noch, ups, er provoziert die Gegner noch, yeah! Na, schon abgeblockt! So, alle! Ich will auch mal ein Tor schießen, ne, wenigstens mal in einem Video, ich hab ein paar Tore geschossen, aber nie, wenn ich gerade aufnehme, wie so ein Leckendor ist, hau an! Hau an! Hau an! Tore neu, aber nicht im Tor! Tut mir leid! Kein Problem! Hau da raus! Wie du das sagst! nicht mal er war eins einst du siehst du noch nicht mitgekriegt er ist mir aber jetzt sehr gut Wie macht ihr das denn? Einfach mit dem Dach, das hat auch ein hässliches Auto. Ne, hat nochmal nachgedreht. Okay, 43 Sekunden, wie lange geht das Video? Seh ich grad nicht. Oh, ich mach schnell auf. Oh, wer ist irgendwann fliegen? Ciao. 7 Minuten. Oh, Oliver Neuer war ein bisschen unaufmerksam. Aber gehalten. Und befreit sogar. Rein im Murmeln. Ich tanze hier ein wenig vom Tor rum. Jetzt wird's gefährlich. Oliver Neuer kommt. Ah, nein. War noch einer direkt dahinter, hab ich nicht gesehen. Sehr, sehr gut. Meine Verteidigung klärt. Das gewinnen wir auf jeden Fall. Da war ein Sieg. Die letzten zwei Spiele hab ich ja verloren, die ich aufgenommen habe. Ja. Gewonnen. Wollen wir uns raushauen, oder was? Ich bin übrigens da hinten der Bekloppte. Der Vollstrecker. Blitz. Ich bin nicht der Blitz. Ich bin nicht der Blitz, ich bin nicht der Blitz sein. Ah, der letzte der Mann war 272 AP, hatte ich vorhin auch, weil ich gestreamt habe. Wahnsinn. Da kommt so die Nebelschwarte. Komm, einer fliegt, einer fliegt. Ich wäre müde, wir haben es. 17.19 Uhr. Adieu. Tschüss. Tschüss, ne? Jetzt hat er gedingsat. Gedingsat. Die anderen wollten eine Revanche. Da hätte ich wahrscheinlich Revanche drücken müssen. Ach, was weiß ich. Ich blick da nicht mehr durch. Ich blick da nicht mehr. Was ist das für eine Map? So voll. Das liebe ich das Stadion. Oh, Alter. Jeder am Schlüssel. Hier ist der Neuer, Oliver Neuer. Oh, ich bin an die Decke hin geknallt. Ein Gerangel da hinten. Junge, Junge. Der Hedda hat durchgelassen können. Ich weiß nicht, ob ich so was weiß. Ach, er hat durchgelassen. Er ist kurz davor noch zur Seite gehüpft. Kleine Demütigung am Rande. 4, 4, 4, 4. Der in 4 Stiefel Lifestyle. Hätte er wirklich für uns gesungen. Ach, er macht ein Eigen-Dor. Nein, macht er nicht. Doch, macht er. Ich hab noch mal genug. Ach, den Kampfdor ist sowas. Ich dachte, ich berühre ihn noch mal schnell und gönn mir das Dor. Geil. Ja doch, der Gegner hat aber zuletzt berührt, ne? Jo. Oh nein, du. Ich hab bloß ein Ede angezeigt. Hat's. Da geh ich rein, ey. Da kenn ich nix. Oh. Wie ist der Weg? Der klingt gut. Mieterwerk. Oha, Ede. Ede ist am Stüssel, am Held. Halt. Hier war's. Mann, Ede ist ein bisschen hoch hier. Vielleicht kriegt er ein paar Höhenflüge. Hauuua. Auimauwe. Auimauwe. Boah, wir müssen zurück. 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 Ja, Oliver Neuer kommt. Das war noch gut. Bis zu sehen gehabt. Aber auch Oliver Neuer muss mal ein weiterer Schuss. Schietz. 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 Schiet. Schietz. Machsteiges. Jetzt kann ich ganz hinten da bleiben. Oliver Neuer. Ich steh eben im Tor. Ich muss eigentlich vorm Tor stehen. Sonst wird das nix. Blblblblblblblblblblblblblblblbl already. Boah, voll der Blumen. Bjuishiwiu. Zeig mal raus ein wenig. A wenig raus, hey. Zeig mal ein wenig raus. nur wenng hier, wenng in der Wiese rumfahren Fasenlager, ich lasch nicht mich vor Junge Uah, Digger Ah, verdammt War ich nur zu schnell Zu f**ks unterwegs, ohne wachs Zu f**ks ohne wachs Wuhi Hilt mich zu Nein, Hilde, 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 Hilde Sehr, sehr gut Hat er mal einer Freiflyer gemacht Oh nein, der geht zu weit drüber Shit, Shit, Shit Shit die Kacka Im Takatuka-Land Ah Minderwertig Ach, Mann Wieso ist der Rückwärts schneller als ich vorwärts? Das muss gar nicht sein Irgendwie ein Bierdinger, Mann Unterkiefer Zehn unten, halt Ihr wisst, wie ich bin So, Lolle Was geht ab? Ede, 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 Ede Ede Ich hätte mir fast gedacht In der Luft kriege ich Bälle fast nie Selten weil dann Weiß ich immer nicht Entweder rüpflich zu schnell oder zu langsam Also entweder rüpflich oder rüpflich Minderwertig So Gang ons, Gang ons oh Oh, dein linken Kopf oben drauf Ist doch gut da 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 kriegt es ja die Krätze da krieg ich Blut krank 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 ich will den haben, ich möchte ihn bitte gib ihm bitte den Ball ich bin in 100 nein viel zu schneller sein wechsel oh sie sind wieder unten drunter ey maaaaan das sind halt diese übel schnellen zeitenwechsel, richtungswechsel jubel schneller boah nee daaa alter tsch dich lebe gleich nein alter das wird knapp, wir müssen noch ein Tor schließen hier bevor ihr Ende nennen ist ach das wo ist wo ist das? wo ist wo ist das? komm einer von hinten und hau das Ding rein los 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 nein das hab ich mir anders vorgestellt oh der Hund hat er verpasst nein 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 hier gibt es irgendwo noch einen aaaaaaah boah ey was geht da ab Ede? ich glaube Ede ist Oliver Neuer nicht ich ok wo ist das Ding? 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 der nächste bitte? alle drei am Ball drauf zurück zurück die dürfen nicht wieder ausgleichen wo ist das Ding? da weg 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 er hat den Ball nur noch 30 Sekunden vom Tor weghalten Ede Sitten unser Oliver Neuer Nö Nö ich versteck mich guck mal schnell so um die Ecke vor Schlecht nein der kommt genau nein der kommt so gut oh fuck it alter ich krieg's ja hier absolute Herzkasper Herzrasen alles nur geht yeah 2 Siege in Folge Dank Ede Oliver Neuer Die ist ja noch geiler ey will ich haben So da alle schon bereit gedrückt haben wie fahren wir denn 6 Minuten wollen wir noch ein Spiel dran hängen noch eine Runde Rocket League komm ich drücke mal wenn's schnell genug geht hauen wir noch einen hinten dran er will nicht hier doch jetzt müssen wir trotzdem Verbindungsproblem warum ist die Banane Crew Mirai was du machst was war das für ein Abkobenskreuz hm hm ich bin noch hinten ah das ist wieder die Scheiß Map die da oben weiter geht hier guckt euch das an hier geht's einfach weiter ja ich voll nicht gewöhnt die Map ich wollte ihn zum ersten Mal spielen scheiße nur gebremst ey ich wollte dachte eigentlich ich lenke die richtig cool ab so richtig meisterhaft da kann ich was bleibt wieder hinten Sundown was gibt's denn hier unten mit der Sonne hier mit dem ah nicht ins Eigentor bitte oh sehr gut geht ja 88 88 muss ich loswerden 84 besser bl 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 jene glaub ich will dieses 100er Ding da haben herzgegeiert kriegt mal krieg mal krieg mal krieg mal krieg mal CH tuvo Ja, wir müssen jetzt die dritte Wunde auch noch gewinnen. Oh juhu. Ich mach das, ich mach das nicht. Hier ist das Scheiße, weil hier irgendwie so blöd hübs. An dem Hübel. An dem Absatz. Absatz. Hol den Huf, hol den Huf. Komm runter, Ball. Scheiße, in die Ecke, bitte. Goooooh. Geht's einfach... Kuh ich ne gleich. Kuh ich ne gleich. So, jetzt haben wir bereit. Das Ding hier kommt mit Fokajara ohne Tacho. Ich kann vorstellen, wir müssen ein Tor schießen. Ador mich mal schießt. Hallo? Guck mal! Und durchschlagen! Da fahre ich natürlich an, Mann! Guter Schuss! Ja, weiß nicht, ich hab ihn ja nur weiterzüffert. Oh, ich schreibe noch mal, danke. Als wär's mein Verdienst gewesen. War's aber nicht. Manchmal frage ich mich, wo der Ball will. Wo will er hier, der Ball? Kommt an, kommt an, kommt an! Bisschen weit hoch im Ansatz, aber... Richtung war... ...gewollt. ...nur nicht so gekonnt. Kann man nix machen, ne? Oho, grübbel, ey. Kurz vor mir lenkt er das Ding noch ab. Schulterjugend. Yeah! Oliver, neuer. nein nein wir dürfen jetzt nicht in der ground wir müssen wieder mal gewinnen gib mir das Boah, shit, 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 shit! Alter! Kampfwurst hat eine Glanzparade geübert. Also rede quasi Oliver Neuer. Hau ab, du Blödmann. Deine Spielzeug-Gist. Ah, mein neuer Trottenkopf. Ha! Oliver Neuer, meine Damen und Herren. Gebt mir doch jetzt den Scheißhundern an den. Hunderte Boost. Nein! Elegant! Nur elegant! Alter, der! Ich wollte eigentlich an die Wand, das wäre fast ein Eindobel. Hüpf! Zurück! Ne, vor, 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 vor! Wunder das Ding, jawoll! Ah, shit! Ich sag doch, in der Luft treffe ich die immer scheiße, so gut wie immer. Wenn ich sie mal gut treffe, dann weiß ich das. Zufahrt, oder Glück. Oh! Das war auch wieder Mehl. Hoppysdolch! Hoppysdolch von unserem Boah! Boah! Na, meinst du mal da rein-snackt, Alter. Aaaaah! Überweg einfach. Des mein ichsch! Des mein ichsch! Schnell einen Backflip mit reinmachen. Weg ist es die. Ich mach ja nebenbei ein bisschen Tunjock-Boost-Gerder, ihr habt das gesehen, wenn ich drücke. Ah, Ede! Ach, das war nicht der Ede, sorry. Unentschieden. Okay, jetzt geht's um die Kampfwurst. 23 Minuten, haben wir schon wieder Video, Materialien. Den lass ich durch, den lass ich durch. Und wir haben gewonnen. Fast der Controller hat gewollert. Was weiß ich, liegt obendrauf sitzen. Du, der Schuss. Und dann haben wir es nochmal gewonnen. Oh, es ist niedlich. Ich war sogar bester Spieler bei uns im Dings. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Kommentar da, lasst ein Abo da, lasst eine Kiste Bier da. Am besten Bier vor der Tür. Ja, macht Heiden Spaß hier, dieses Rocket League. Ich hoffe euch auch ein bisschen. Und in diesem Sinne sage ich Wiederschauen und... Reingehauen. ... ... ...